Hallo zusammen, ich bin's, der Markus von Brown Passion und heute geht es um das Thema Dehnübungen. Jetzt mag der ein oder andere von euch vielleicht denken, Dehnübungen, das ist doch nur was für Sportler, aber falsch gedacht. Genauso wichtig, wie es für einen Sportler ist, sich vorher aufzuwärmen und zu dehnen, ist es natürlich auch für einen Musiker. Warum? Wenn ich das nicht mache, kann es längerfristig wirklich zu Problemen kommen. War bei mir der Fall, ich hatte irgendwann Schmerzen im Unterarm und musste zum Physiotherapeuten. Diese haben wir an Übungen für daheim gezeigt, um eben die Muskulatur zu lockern, die Schmerzen zu lindern. Und diese Übungen, die möchte ich euch jetzt zeigen. Ich bin natürlich kein Profi, ich bin kein Physiotherapeut, also werde ich die Übungen euch wahrscheinlich nicht 100% korrekt zeigen, aber so bekommt ihr trotzdem ein Gespür dafür, wie ihr sie daheim machen könnt und wie ihr sie richtig machen könnt. Für alle Übungen, die ich jetzt zeige, gilt natürlich nie zu schnell in die Übung und zu schnell aus der Übung rausgehen, um Beschädigungen zu vermeiden. Und jede Übung sollte so ca. 30 Sekunden dauern, bis ihr sie wieder lockert. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viel Vergnügen. So, da bin ich wieder und ihr seht schon, ich habe ein bisschen was umgebaut. In der einen Kamera sieht man vielleicht, dass da hier ein Tisch steht, mit der anderen sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Diesen Tisch brauchen wir eben, um unsere erste Übung zu machen. Der Tisch sollte ungefähr so hoch sein, dass ihr mit ausgestreckten Armen eure Hände ablegen könnt, ohne groß in die Hocke zu gehen oder euch auf die Zehnschwitzen zu stellen. Das ist ganz wichtig. Und wofür ist diese erste Dehnübung gut? Wir wollen bei der ersten Dehnübung diese Unterarmpartie dehnen. Dazu macht ihr folgendes. Ihr nehmt eure Hände, dreht sie nach unten, so dass die Fingerspitzen nach unten zeigen, führt sie zusammen und legt sie vorsichtig auf dem Tisch ab. Dabei sollen natürlich die Handgelenke nicht schmerzen. Wenn ihr das gemacht habt, am besten noch mit geraden Rücken, dann ist die Übung noch viel besser, geht ihr langsam mit dem Oberkörper nach hinten. Ihr verschiebt quasi, geht mit eurem Po ein bisschen nach hinten, bis die Unterarme gedehnt werden. Also ihr spürt quasi dann, ich lasse mal wieder los, ihr spürt quasi dann hier eine Dehnung. Das macht jetzt circa 30 Sekunden. Das Ganze soll nicht überdehnt werden. Das heißt, ihr macht jetzt so weit nach hinten, bis ihr die Dehnung wirklich gut spürt. Nicht zu weit und wie immer nicht abrupt in die Übung oder aus der Übung gehen. Jawohl, das war jetzt die erste Übung und wir sehen uns gleich bei der zweiten Übung wieder. Willkommen bei der zweiten Dehnübung. Bei der zweiten Dehnübung wollen wir jetzt diese Armpartie dehnen. Die Übung selbst funktioniert fast genauso wie bei der ersten Übung. Der Unterschied ist, dass wir unsere Hände im Endeffekt anders verdrehen, bevor wir es auf den Tisch legen. Und zwar macht ihr es folgendermaßen. Ihr geht her, dreht die Handflächen zu euch und legt hier wieder die Hände auf dem Tisch ab. Das Ganze auch wieder ohne schmerzenden Handgelenken, das ist ganz wichtig. Und dann macht ihr denselben Bewegungsablauf wie bei der ersten Übung. Ihr geht so weit nach hinten mit dem Oberkörper, bis eine Dehnung hier einsetzt. Genau hier. Diese haltet ihr wieder für ca. 30 Sekunden und löst sie auch wieder langsam. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr die zweite Dehnübung geschafft. Willkommen bei der dritten Dehnübung, die ich euch jetzt zeige. Hierfür brauchen wir den Tisch nicht mehr. Wir brauchen hierfür einen Türrahmen. Den habe ich jetzt leider gerade nicht hier. Aber ich denke, ihr könnt euch das ganz gut selbst vorstellen. Bei der dritten Dehnübung geht es darum, den Brustkorb wieder zu weiten, zu dehnen. Denn, zumindest bei mir ist es so, beim Bohrenspielen selbst, habe ich oft eine sehr gebückte Haltung, in der die Schultern nach vorne fallen und der Brustkorb zugemacht wird. Um diesen wieder aufzudehnen, habe ich ja folgende Dehnübung für euch an der Hand. Hier stellen wir uns an einen Türrahmen sehr nah ran, legen bzw. weiten die Arme im 90-Grad-Winkel zur Seite und stützen uns gegen den Türrahmen. Also ihr müsst euch vorstellen, hier wäre jetzt der Türrahmen auf beiden Seiten und stützt euch dagegen. Wenn das passiert ist, geht ihr mit dem Oberkörper langsam nach vorne, sodass sich der Brustkorb aufdehnt, bis ihr hier die Dehnung spürt. Diese Dehnung haltet ihr wieder 30 Sekunden und geht dann langsam zurück. Und das ist die dritte Dehnübung, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und im Anschluss gibt es noch einen extra. So, wie versprochen, bei der Zugabe braucht ihr weder Tisch noch Türrahmen, sondern nur euren Daumen. Mit diesen Daumen könnt ihr nämlich super den Unterarm massieren. Das Ganze kann schmerzhaft werden, aber mir wurde mehrmals versichert von Physiotherapeuten, dass ihr hier nichts kaputt machen könnt. Und dass es eben gut ist für die Muskulatur und nicht schädigend. Also ihr braucht keine Angst haben, hier kann nichts passieren. Wie funktioniert das Ganze? Ihr geht mit dem Daumen zwischen Elle und Speiche, circa hier, ihr merkt selbst, wo ihr ansetzen müsst. Und dann übt ihr Druck aus und macht kleine kreisende Bewegungen. Oh, bei mir tut es schon ein bisschen weh. So, und das macht ihr den ganzen Unterarm hoch. Das heißt, ihr macht kleine Schritte mit euren Daumen und geht immer weiter hoch. Dadurch wird die Muskulatur eben hier gelockert und die Schmerzen bzw. die Verspannung sollte gelindert werden. Das ist super, wenn ihr abends im Fernseher seid und ein bisschen was guckt oder wenn ihr ein Buch liest. Das könnt ihr also immer nebenbei machen und bei beiden Unterarmen. Und mit der Zeit wird das auf jeden Fall besser. So, das waren jetzt meine Tipps und Tricks, wie ihr euch richtig dehnt, wie ihr massiert. So, das war es jetzt. Das waren die Dehnübungen und eben auch der Massagetrick. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr sagt, boah, das gefällt mir, was der Markus da erzählt, auch wenn es nicht ganz so professionell ist, dann lasst ein Like da, abonniert eben den Channel, das wäre super. Geht auf meine Facebook-Seite, auf Instagram und liked da, folgt mir und ich werde euch sehr dankbar, wenn es euch gefällt, wenn ihr es natürlich noch weitererzählt an andere Boron-Spieler, an andere Musiker eben, wo ihr sagt, oh, das Instrument könnte dem doch gefallen. Bis dann, der Markus von Boron Passion. Tschüss.